so ganz kurz reicht jetzt nicht irgendwie schade das ist denn so ach so kacke wo ist so ein bisschen beeilung hier alter ähm ähm ja ich glaube wir müssen einfach alle genau einfach alle nach da bekommen und rüberschieben oh wie raffiniert ich hoffe die Idee nicht früher gekommen oh mit mir tut er so leid aber Graham ist auch ein bisschen doof in der Hinsicht ähm so und fertig ist escape so sehr schön mein Sklave ich fand das nicht gut ich find das überhaupt nicht gut wir spielen hier wieder ein wenig aus der Familie hinaus ich muss mich um etwas geschäftliches kümmern bin gleich wieder da bäh nach rechts okay okay das ist jetzt unerwartet gewesen links hat er gesagt kann man machen wir hätten vielleicht ein wenig früher anfangen sollen aber ich muss natürlich erst mal das Mikrofon wieder anmachen er ist immer so besorgt kann man es ihm vorwerfen dass er sein Kind behütet nach all dem was er durchgemacht hat okay schneller los zack ich weiß ich weiß nicht nochmal komplett von vorn oder ich hab halt nicht gesehen wo er denn da am Ende hingerannt ist das das ist natürlich ein wenig ungünstig na los alter Mann okay ich kann mir gar nicht vorstellen dass Papst Gefahr liegt er ist immer so besorgt kann man es ihm vorwerfen dass er sein Kind behütet nach all dem was wir durchgemacht haben das ist jetzt aber ich weiß ich weiß ich wandle auf dünnem Eis diese schlechten Wortwitze ich verstehe es nicht so ganz hast du Spaß ich kann mir gar nicht vorstellen dass Papst Gefahr liegt er ist immer so besorgt kann man es ihm vorwerfen dass er sein Kind behütet so jetzt aber bitte diesmal ging es warum Rätselwölfe interessant oh das nehme ich was ist deine Strategie die 4 E des Rätsellösens experimentieren Einfallsreichtum ich habe eine andere Idee ein paar Stücke habe ich noch ist das ein Katzenkeks ja ist es der den du meinen Lennen gegeben hast ganz genau der ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist jetzt kannst du zusehen und lernen war das nicht toll? ja und es zeugt von Können dieses Rezept zu backen das hat mehr als Können erfordert ich war nur nie dafür die Regeln zu umgehen Manni hat versucht uns mit Tricks in den Ritterstand zu bringen und nun ich hoffe das hat nicht auf dich abgefärbt Entschuldigung das Stück ist jetzt wohl verschwendet ach keine Sorge auf uns warten noch viele andere Rätsel mir wurde klar dass man Mannens Lehren bei meinem Sohn gefruchtet hatten egal ich würde einen Weg finden sie auszumerzen jenseits eines Abgrunds war ein Ziel platziert worden eine gute Gelegenheit Alexander mein perfektes Geschenk zu geben sieht aus als wäre es an der Zeit Zeit wofür? ich habe ein Geschenk für dich es hat lange gedauert echt? lass mal sehen ah ja bitte sehr dein eigener Bogen jetzt können wir endlich Duellbogen schützen sein wie es uns bestimmt war ein Bogen danke das war aber nicht nötig probier ihn aus wie so warte warte lass mich eine kleine Korrektur vornehmen so sag mir wann stell dir vor wie das Ziel zu dir kommt das macht mich irgendwie richtig traurig warte es ab bist du noch damals dieser Aschaka oh schade bist du noch Aschaka du warst nah dran man nun das Geschenk ja die Hörzindschirhaft ich werde üben oh hey ich ich habe noch eine Idee ach ja ja ein Zauber den ich aus die alte Zauberei habe Mannies Zauberbuch ja ist ganz leicht man muss erst innerlich brennen dann schnipst man das Geräusch gefällt mir gar nicht aber ist das nicht cool ich mag keine schwarze Magie Sohn das kann sehr gefährlich sein ich habe gesehen was sie bewirken kann keine Sorge ich habe das im Griff bei Magie ist entscheidend wer sie benutzt soll ich es dir zeigen ich denke wir sollten weiter deine Ma und deine Schwester warten komm schon es ist leicht zapfe deine inneren Emotionen an und schnipse das ist leicht für einen Teenager ich habe den ganzen Tag von dir gelernt versuche es für mich Los Papst du musst innerlich brennen klar nichts siehst du können wir für den Rest des Urlaubs mit dem Schnipsen aufhören das heilt hier wieder und das halte ich nicht aus ich wollte nur kurz anmerken dass magische Lösungen in diesem Labyrinth absolut zulässig sind so machen wir das aber nicht in Davontree ok ich spürte eine ablehnende Haltung bei Alexander wie sollte ich seinen Pfeil durchs Leben leiten wenn ihr ihn nicht abschoss ok ok ja schwarze Magie ist ja sowieso nichts so gutes ich habe verlassen oder ich muss nochmal wovon man so naja aber mal gucken vielleicht macht er irgendwas draus vielleicht macht doch weiße Magie draus wäre ja schön ich liebe es wenn Papst zaubert wieso hast du ihn nicht gelassen 18 Jahre lang Gwendolyn hatte ich mir ausgemalt wie mein Sohn sein würde ich fand jedoch heraus dass mein Bild nicht ganz der Wirklichkeit entsprach ok ich muss wohl da runter du schießt auf die Schalter das ist so primitiv wenn ich doch nur mit dem Finger schnipsen und euch auf magische Weise weiterkommen lassen könnte leider fehlen mir die Dauer dafür so fange ich an ok sehr schön beziehungsweise nicht sehr schön unser Sohn bereitet äh mir Sorgen viele Sorgen da drüben ok wohin oh du Zauberloser ich glaube unser Sohn mag uns nicht so und das mag ich nicht ich finde Kinder müssen ihre Eltern lieben vielleicht nicht immer aber im allgemeinen halt mag ich nicht irgendwie hat sich Alexander noch nicht so bei mir ins Herz gespielt aber so wie er später zu Gwendolyn ist Gwendolyn heißt die kleine Gwendolyn muss muss er eigentlich muss er eigentlich ganz nett werden würde mich verinteressieren wie er dann später ist das werden wir wahrscheinlich erst im fünften Teil erfahren damit eins klar ist ich muss Magie für meinen Auftritt proben das große Finale mit Caduceus dem Majestätischen zack und drüber hüpfen los zack schnell 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 und da kann ich nochmal hinschießen aber ich schieße erstmal noch da jetzt arbeiten wir zusammen die Duellbogen schützen gut der monologisierende Schütze und Caduceus der Schalterzieher der schon redet irgendwie es wirft ein ganz schlechtes Licht auf ihn so zack und hopp hopp mich gleich noch los wenn Sklave rennt ich mag das ich mag das überhaupt nicht so zack leg ihn um den Schalter los du Affe so peh mh so und das letzte Stück ähm ich glaub ich steck fest so fang ich an nee nicht dein Ernst oder ach man ok wir arbeiten warte mal erstmal gucken wir arbeiten und zack 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 ich glaub das geht ok also irgendwas machen geht nicht wir können ja aber jetzt überspringen so zack im ersten ich weiß noch im ersten Level im ersten Kapitel gab es hier das überspringen nicht und das war manchmal wenn man sowas öfters machen musste relativ nervig so jetzt nach hier jetzt nach hier und nach hier ich glaub das haut hin tatsächlich oh man oh man zack wenn du noch mal wenn du da beginnst alles ist ja das Haus das nicht ach mensch wenn du darauf achtest dann wird es viel leichter warte ähm das ist das das Haus vom Nikolaus zack wie hab ich jetzt angefangen so das ist das Haus vom Nikolaus nee wie mach ich das denn immer Mist das ist das Haus vom Nikolaus Mist das Haus ja ich hab ja jetzt was vergessen ähm ähm das ist das das ist das Haus vom Nikolaus na was weiß er nicht ich probier's einfach nochmal ähm na ähm ja erst mal verfehlen natürlich ganz klassisch Haus boah boah bin ich aber auch schlecht im treffen muss ich zugeben und ich weiß immer noch nicht wie das Haus vom Nikolaus geht ist aber auch schwer so wartet ich muss es mal ähm tut mir leid hier kurz mit dem Mikrofon mal wieder knarkst wartet ich ähm hab ja so einen Block auf meinem Schreibtisch zu liegen da muss ich das mal schnell aufmachen das ist das Haus vom Nikolaus das ist das Haus vom Nikolaus eins zwei drei vier fünf und das ist das Haus von Nikolaus was das ist das Haus Wartet das ist kompliziert ähm sechs sieben acht neun wartet eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun okay wir beginnen nochmal von vorne also wir locken ihn mal hier in eine Falle geschickt ähm also er ist noch da wartet jetzt muss ich mich mal vernünftig hinsetzen ich jetzt playe da kann ich mich ja nicht so so hinlümmeln das können wir denn nicht machen also das geht so nicht das können wir nicht machen so jetzt kann ich so schlecht da kommen das ist halt das Ende ja vom Haus okay ist doch nicht so jetzt aber jetzt geht's nicht weiter okay okay jetzt können wir nochmal beginnen sehr schön dann Bis zum nächsten Mal.